Hallo, mein Name ist Franziska Mettler. Ich bin ursprünglich gelernte Augenoptikerin und arbeite jetzt selbstständig als Sehtrainerin. Das bedeutet, dass ich Menschen begleite, die sich an ihrer Brille stören, immer schlechter sehen und sich Angst um ihre Augen haben, wie sie auf natürliche Weise ihre Augen stärken, so brillenfrei werden können und sich selbst und die Welt besser wahrnehmen können. Mein Thema sind in dem Sinne wirklich die Augen. Ich habe Optikerin gelernt, weil mich das Sehen schon immer interessiert hat und damals war es so aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie man das lernt. Und irgendwann gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich selber dann eine Brille brauchte und wirklich abhängig davon war und sie mich richtig gestört hat. Ich hatte überall Druckstellen hinter den Ohren, ich habe Kopfweh gekriegt und das konnte es ja nicht sein. Und doch wollte ich ja gut sehen, also habe ich da irgendwie Kompromisse gefunden. Und irgendwann bin ich dann darauf gekommen, dass es ja auch Sehtraining gibt. Also das war ein langer Weg, bis ich das überhaupt erkannt habe, dass es da auch andere Wege gibt als nur die Wissenschaft. Ich war da früher eher sehr verbissen und dachte immer, es gibt nur die Medizin und das Wissenschaftliche. Und ja, das stimmt einfach nicht. Das habe ich dann selber gelernt durch mein Leben, was mich dazu gebracht hat. Und ja, das wende ich jetzt sehr gerne aufs Auge an, diese andere Sichtweise aufs Auge und aufs Sehen. Und dank dem Sehtraining habe ich es selber auch geschafft, die Brille loszuwerden. Und auch das zeige ich dir sehr gerne, wie das gehen kann. Vielleicht denkst du jetzt, ja, hier geht es ja um Heilung der neuen Zeit und nicht unbedingt um Sehen. Sehen ist ja keine Krankheit. Und doch denke ich, wenn es ein Punkt ist, der dich stört und der dich irgendwie behindert, dann ist es in dem Sinne schon eine Krankheit. Es kommt halt immer darauf an, wo man da die Grenze zieht, was ist gesund und was ist krank. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig, hier am Kongress mit dabei zu sein. Und mein Vortrag, der Titel meines Vortrages wird sein, in drei Schritten zu besserem Sehen. Also wenn du eine Brille trägst und sie dich stört, wenn du gerne auf natürliche Art und Weise deine Augen stärken willst oder wenn du deine Augen gesund halten möchtest, wenn du gerne präventiv etwas machen möchtest für die Augen, dann bist du bei mir genau richtig. Ich freue mich, wenn du am Vortrag dann teilnimmst. Ja, und ich freue mich jetzt schon riesig auf das Ganze, auf den Kongress und auch auf dich. Tschüss, ciao, ciao.